Hola, muy buenas, que tal? Todo bien? Espero que sí. Bevor wir mit der heutigen Lektion anfangen, möchte ich euch erinnern, dass von jeder Lektion, von jedem Podcast eine PDF-Datei gibt. Eine PDF-Datei mit allem, was ihr hier hört. Mit allen Erklärungen, die Aufgaben, die Lösungen und so weiter. Bei einigen Lektionen sind auch weitere Übungen dazu, also ein Arbeitsblatt mit extra Übungen und mit der Lösung natürlich. Und bei allen Dialogen ist auch ein Extrablatt mit Aufgaben und eine Vokabelliste. Es gibt auch einige Übersichten oder Listen von den wichtigsten Verben, also so extra Sachen dabei. Das Niveau A1 geht vom Podcast 0 oder Podcast 1 zum Podcast 100. Ihr könnt die ersten 50 Lektionen zusammen kaufen und dann die anderen 50 Lektionen, wenn ihr so ein bisschen ausprobieren möchtet, ob ihr gut damit lernen könnt. Oder ihr könnt alle 100 Lektionen, das wäre den ganzen Kurs, den Grundkurs A1, etwas günstiger alle Lektionen zusammen. In der Beschreibung jeder Lektion, also in diesem Podcast und in jeder Lektion unten habt ihr eine Beschreibung. Und da stehen die Links, damit ihr die PDF-Dateien direkt kaufen könnt. Ihr könnt natürlich auch auf meiner Seite www.spanischmitmaria.de gehen und da findet ihr auch alle Informationen. Wenn ihr Fragen habt könnt, könnt ihr mir eine E-Mail senden, charlacomaria.gmail.com, habt ihr auch in der Beschreibung. Oder auf Instagram könnt ihr mir folgen und auch eine Privatnarrie senden. Muy bien, pues empezamos. Hoy, en este capítulo del Podcast, para aprender Español, vamos a practicar, o vamos a aprender, cómo comparar dos elementos en Español. Verkleichen wir zwei Elemente auf Spanisch. Wie machen wir das? Podemos comparar Adjektivos, por ejemplo, bonito, simpatico, ja können wir zwei Adjektive vergleichen. Etwas ist schöner als etwas anderes. Verben, comer, trabajar, hablar, zum Beispiel Pedro spricht Spanisch besser als Miguel. Oder Substantiven, casa, ropa, diese jacke ist teurer als diese andere. Muy bien, pues vamos a ver los tres grupos, cómo comparamos Adjektivos, cómo comparamos Verbos y cómo comparamos Sustantivos y después hacemos un ejercicio. Empezamos con Adjektivos. Wie verklein wir Adjektive. Muy bien, pues utilizamos en Español, wir benutzen auf Spanisch, más plus Adjektiv plus que. Por ejemplo, más, simpatico, que. Simpatico, als. Wir machen es mit mehr Adjektiv und als. Auf Deutsch machen wir mit der Endung er, teurer oder schöner. Und auf Spanisch machen wir mit mehr davor. Mehr sympathisch, mehr teuer. Más, simpatico, que. Más, adjetivo, que. Wir können auch weniger benutzen. Weniger sympathisch als. Auf Spanisch menos plus Adjektivo plus que. Menos, simpatico, que. Más, que. Menos, que. Und, wenn wir zwei Sachen gleich sind, dann benutzen wir tan, plus Adjektivo plus Adjektiv plus como. Tan, simpatico, como. So, wie. So, simpatico, wie. So, wie. Tan, como. Más, que. Menos, que. Tan, como. Por ejemplo, Pedro es más simpatico que María. Pedro es simpatico als María. María es menos simpática que Pedro. Aufpassen, ja. Simpática besitze auf María und deswegen ist die Endung a. María es weniger simpatico als Pedro. Und Pedro es tan simpatico como María. Pedro es genauso simpatico wie María. Tenemos algunas formas diferentes. Es gibt einige Adjektive, die haben eine andere Form. Also, die machen diesen Komparativ nicht mit más und menos davor, sondern machen es anders. Adjetivo bueno, gut. Auf Deutsch haben wir auch da eine Unregelmäßigkeit. Von gut, Comparativ, ist besser. Nicht guta, sondern besser. Auf Spanisch genau das gleiche. Von bueno, Comparativo, ist mejor. Mejor, besser, mejor. Bueno, mejor. Und von malo, ist peor. Bueno, mejor. Malo, peor. Bueno, gut. Mejor, besser. Malo, schlecht. Peor, schlechter. Und dann haben wir zwei Adjektive. Einer ist grande. Grande hat eine regelmäßige Form. Die bilden wir mit den anderen Adjektiven. Mit más davor. Más grande. In diesem Fall hat grande die Bedeutung von größer. Räumlich gesehen. Von Platz her. Ja, wenn ich sage, dass mein Haus größer ist als deins. Más grande. In der Bedeutung von größer. Und hat eine unregelmäßige Form. Das ist mayor. Und mayor ist älter. Besieht sich auf der Salta. Also von grande haben wir más grande, größer. Oder mayor, älter. Pequeño, genau das selbe. Hat eine regelmäßige Form. Más pequeño. Es ist kleiner. Räumlich. Und menor ist jünger. Por ejemplo, este vino es mejor que el otro. Dieser Wein ist besser als der andere. Mi habitación es más pequeña que la habitación de mi hermana. Mein Zimmer ist kleiner, más pequeña, que als das Zimmer meiner Schwester. Mi hermano ist menor que yo. Mein Bruder ist jünger als ich. Mein Bruder ist jünger, menor que yo. Muy bien. Pues vamos a ver, como comparamos verbos. Dos verbos. Wie verglichen wir werben? Wenn ich sage, Carlos arbeitet mehr als Miguel. Oder Maria fährt weniger als Marta. Und so weiter. Usamos el Verbo, das Verb, plus más oder menos, mehr oder weniger, plus que. Ich sage, Carlos trabaja más que Miguel. Das Verb, trabaja, plus más und plus que, trabaja más que Miguel. Arbeitet mehr als Miguel. O Maria trabaja menos que Lola. Maria arbeitet weniger als Lola. Genauso gleich, wenn ich sage, mi padre trabaja tanto como mi madre. Tanto como. Also das Verb, und dann tanto, und dann como. Mi padre trabaja tanto como mi madre. Mein Vater arbeitet so viel, genauso viel wie meine Mutter. So viel wie tanto como. Dieses tanto ist unveränderlich, ja? Weil besitze ich auf das Verb. Und das Verb ist nicht männlich oder weiblich. Von daher, es bleibt immer tanto. Es ist egal, ob es männlich, also subjektmännlich oder weiblich. Besitze ich auf das Verb. Muy bien. Y vamos con el Grupo Número 3, Sustantivos. Wie vergleichen wir Sustantiven? Ich habe mehr Freunde als du, oder ich habe weniger Klamotten als du, und so weiter. Más oder menos, plus Sustantiv, plus que. Also mehr oder weniger, plus Sustantiv, plus que. Por ejemplo, Elena tiene más hermanos que yo. Elena hat mehr Geschwister als ich. Mehr Geschwister als ich. Más hermanos que yo. Yo tengo menos ropa que mi hermana. Ich habe weniger Klamotten, weniger Kleidung als meine Schwester. Yo tengo menos ropa que. Más, menos, plus Sustantiv, plus que. Jetzt, was machen wir, wenn genau so viel, wenn ich etwas genau so viel habe als jemand anderem. Dann, es ist tanto oder tanta, tantos, tantas, also veränderlich, plus Sustantiv, plus como. Also so viel oder so viele, wie. Es ist veränderlich, weil wir vergleichen jetzt Sustantiven. Das heißt, dieses tanto besitzt sich auf einem Sustantiv und muss mit diesem Sustantiv in Geschlecht und Zahl überein stimmen. Männlich, männlich, weiblich, weiblich, mehr Zahl, mehr Zahl. Por ejemplo, Du tienes tantas amigas, como yo. Du hast so viele Freundinnen, wie ich. Du tienes tantas amigas, besitzt sich auf amigas, como yo. Du tienes tantos libros, como yo. Du tienes tantos libros. So viele Bücher, wie ich. Yo tengo tanto dinero, como él. Tanto dinero. Dinero ist männlich und Einzahl. Tanto dinero, como él. Ich habe so viel Geld, wie er. Muy bien. Und als letztes nur eine Sache, die wir berücksichtigen müssen. Und es ist, dass dieses Mas und Menos, mehr oder weniger als, wenn danach eine Zahl kommt. Zum Beispiel, wenn ich sage, Rafael hat mehr als 100 Bücher, mehr als und danach kommt eine Zahl. Auf Spanisch sagen wir, Mas, Menos, De. Nicht Que, sondern De. Mas, Menos, De und dann die Zahl. Por ejemplo, Rafael tiene mas de 100 libros. Rafael hat mehr als 100 Bücher. Madrid tiene mas de 4 millones de Habitantes. Madrid hat mehr als 4 Millionen Einwohner. Madrid tiene mas de, weil danach 4 millones eine Zahl vorkommt. Muy bien, pues ahora vamos a practicar. Como siempre, es muy importante practicar en un contexto. Es ist sehr wichtig, dass wir üben in einem Zusammenhang. Mit ganzen Sätzen oder in einer Situation. In dem ejercicio de hoy vamos a comparar a Silvia y a Juan. Wir vergleichen Silvia mit Juan. Dann machen wir folgendes. Ich lese einige Angaben von Silvia und Juan auf Deutsch und sie vergleichen die beiden auf Spanisch mit einem Satz. Zum Beispiel, wenn ich sage, Silvia ist 30 Jahre alt, Juan ist 20 Jahre alt, dann sagen sie auf Spanisch. Ich sage es jetzt auf Deutsch, aber sie sagen es auf Spanisch. Silvia ist älter als Juan, weil Silvia 30 ist und Juan ist 20. Ich gebe ihnen die Informationen auf Deutsch, sie überlegen und dann sagen sie, vergleichen sie auf Spanisch. Muy bien, pues vamos allá. Silvia ist 30 Jahre alt, Juan ist 20 Jahre alt. Silvia ist größer als Juan. Oder ich kann auch sagen, Juan ist menor als Silvia. Juan hat 10 Freunde, Silvia hat 5 Freunde. Juan hat zwei Autos, Silvia hat auch zwei Autos. 20 Jahre alt. 25 Jahre alt. Juan hat Tantos Coches als Silvia. Juan hat 1,75 Meter groß und Silvia hat sie 1,75 Meter groß. Mit dem Namen ? Silvia es más alta que Juan o Juan es más bajo que Silvia Juan verdient 4.000 € im Monat Silvia verdient 2.000 € Juan gana más dinero que Silvia o gana más que Silvia y Silvia gana menos que Juan Juan hat 4.000 € Silvia hat auch 4.000 € Juan tiene tantos hijos como Silvia Juan trabaja más horas Silvia trabaja menos que Juan Juan hat ein Handy Silvia hat 2 Handys Silvia tiene más móviles que Juan o Juan tiene menos móviles que Silvia Juan cocht sehr gut ¿A Juan le gusta tanto viajar como a Silvia? Juan es más abierto, más sociable que Silvia o Silvia es más tímida, más cerrada, más tímida que Juan Silvia es másablanca, más cerrada, más cerrada, más cerrada que Juan o Jovia que Sime Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós a todos.